You laugh, you lose, du liebst, du verlierst. Ah nee, es geht um Lachen. Am I right funny? Weg aus dem Weg, ich brauch dich. Sehr gut. Unser Head of Video Production, Paul, hat uns eine Playlist gemacht, die kuriert wurde. Über Jahre hinweg. Aus den witzigsten Sachen, die er jemals gesehen hat. Und er hat gesagt, mal, reakte doch mal da drauf. Und wenn du einmal lachst, dann musst du eine Runde Krokodorf spielen. Bin nicht fragwürdig, aber wir machen das jetzt einfach mal. Wenn ich nicht lache, wissen wir alle, Paul, I can't walk. Okay. Top 5 Ratten. Ja, gelacht habe ich noch nicht, muss ich sagen. Ja, stark. Das schlägt dir aber. 4 war stark. Quattro war strong. Das ist keine Rade gewesen, aber kann. Ich habe ein bisschen schmunzeln müssen, weil es lustig ist. Und das eine Gurt? Was habe ich gerade? Warte, was? Scheiß. Red's. Yeah. Da ist eine Bombe eingeschlagen. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Ich habe heute aber noch keinen Kaffee getrunken. Wir machen weiter. Mein Editing-Skills sind unmatched. Pups. Boah, der letzte, der letzte war zu hart. Geht die eigentlich automatisch weiter? Ja, okay, sehr schön. Der letzte war krass. Muss ich wirklich sagen, das ist mein Humor. Paul, die ersten beiden, die fangen ja richtig gut an. Aber ich habe ja, wie gesagt, ganz am Anfang fünf Leben. Also habe ich noch vier jetzt, weil ich habe einmal maximal gedacht. They've burned the gates. Use the buttering lamp. Paul, ist alles okay bei dir? Möchtest du drüber reden? In memory of James. No, not the James. Das ist doch mega traurig. Komm mit dem Ton und an, oder was? Don't be sad. So beautiful. Einmal so gut. Muss nicht lachen, also, weil ich hatte was lustig gedacht. Paul. Kurz zu mit meinem Gesicht. So sieht es pure Enttäuschung aus. Ja, krass, Paul. War auf jeden Fall ein Meme. Da sind wir wieder. Da sind wir auf meinem Level. Da kann man nicht zu twerken. Ah, geil. Endlich im Berghain angekommen. So, ich glaube, so eine Mucke läuft dann weit. Das ist doch dieses Yu-Gi-Oh, oder? Kommt da einfach ein bisschen DNA rein? Wenn du die Trisomie anklopft, was soll das? What? Okay, weiter. Hund, Mädchen. Oh, das ist krass animiert, muss ich sagen. Der Hund ist jetzt Popcorn. Fink dir das Bein. Piss dir ans Bein. Why? Warum ist das viel zu gut animiert dafür? Geh mal... Das ist das Witzigste, was ich jemals gesehen habe. Also würde ich sagen. Wenn es nicht von Paul wäre. Was? Oh mein Gott! Wer ist denn Bi-Bi-Yo? Was ist das für ein Arm? Der ist dicker als mein Kopf. Die Frau war hinter dem Mann. Der hat ihn nicht gesehen. Der hat auch einen krassen Bizeps, muss ich sagen. Schön. Bam, rein in den Schritt. Wirklich, es gibt zwei Kampfsportarten, die ihr lernen müsst. Selbstverteidigungsmäßig in den Sack treten und weglaufen. Das sind die zwei Sachen, die ihr können müsst. Oh, eine Minute... Eine Minute 46 von der Scheiße habe ich mir gegönnt. Ich weiß nicht, worum es geht. Oh, die war schon wieder. War nicht schlecht. Okay, Hummer. Hummer Jumpscare. Numero 3. Why? Chai Jumpscare. Numero 2. Hä? Okay, Pelikan richtig... Oh mein Gott! Der war stark. Numero 1. Spiderman Jumpscare. Spiderman. Okay. Pro Houston, please call Station for a voice check. Alright Station, this is Mark Zuckerberg at Facebook. Can you hear me okay? Was ist los? Oh mein Gott, ist das unangenehm. Das ist halt bis zum Mars brauchen wir ein bisschen. Hey Mark, ich rede dich laut und klar. Es ist ein Freude, mit dir heute zu sprechen. Ich glaube, wir sollten mit... Es ist ein Freude. Can you introduce yourself and your roles and how long you've been working up there for? Okay, die ISS hat auf jeden Fall einen kleinen Leck. Aber die fliegt auch mit 25.000 kmh durch die Gegend, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Editing, die Mucke, Alter. Das ist richtig unangenehm, Alter. So what kind of research are you doing in space that you can't do anywhere else? Mark Zuckerberg ist kein echter Mensch, oder? Der ist doch ein trainierendes AI-Model vor dem Training. So wie ich quasi. So wie mein Körper. Der spielt mit dem Mike, der macht so einen Flip. Das ist gar kein echtes Mikrofon, das ist CGI. Die sind gar nicht wirklich im All. Weißt du, warum ich das sehe? Oh mein Gott, der war terrible. Oh ja, also die Minute hat sich länger angefühlt als das Chicken. Okay, save the dog. Was ist das wieder für einen Scheiß? Das gucke ich mir doch nicht vier Minuten an. Nee, auf gar keinen Fall. Der war müde. Existential. Crisis wurde hier gerade unlockt, oder? Rabbit. Auto pull a rabbit. Get out of a hat. Get a hat. Rabbit jumps out. Push it back in. The rabbit jumps out. Push it back in. Rabbit jumps out. This is going pretty good. Did you know? A good percentage of rabbits are in hats. No? Ich glaube, Paul hat einfach irgendwie so ein bisschen, äh... Das bisschen so schnell abgelingt. Ich glaube, da muss viel passieren. So wie hier. Direkt verloren. Weil es ist der Karma. Weil ich gesagt habe, du bist ein bisschen komisch. Scheiße. Ich bin auch komisch, glaube ich. Witzig. Weil Habitat... Hat. Rabbit. Rabbit ruft an. Hallo, hier ist der Hase. Fühlt sich gut an, wenn man aus dem Hut draußen ist. Was ist hier los? Hey, Phone. How do I pull myself out of a... A barren wasteland? What? What the fuck? Weiter, Metalpipe. Ah, der hat das. Tiny Metalpipe. PVC. Äh, Pappe. Papier. Glas. Kupfer. Was ist los? Was gucken wir uns an? Paul, das ist doch hier dein Stock-Footage. Warum? Was ist los? Das sind das Sound-Effekte. Kupfer. Okay. Okay. Das war halt... Hihihi. Kann ich nicht halten. War schon, war schon, äh, hilarious. Ich merke wirklich, bei Paul muss auf den B im Merk kommen. Wir sind jetzt 15 Mal, dass sie tanzen, siehst du sie? Das ist das, was Paul braucht in seinem Leben. Das ist stark, muss ich auch fühlen. Ich glaube, ich habe gar kein Leben mehr. Ich habe schon viel gelacht. Okay. Ist es ein Film oder ist es ein Prohn? Ist das auf einer einschlägigen Website verfügbar? Was ist das für eine Scheiße? Nein, geh weg. Penguin. Emotional. Ist das wirklich... Das ist diese Qualität. Ja, das sind 720p. I doubt it. Ich kann die Pixel zählen. No! Okay, Penguin. Wait. It's working there with the dog. It's so cute. Die. Wait. Ich bin auf jeden Fall. Hä? Äh, wirklich, das ist... In was für einem Fiebertraum ich mich hier befinde gerade. Da, 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 da. Das wäre ja Windwaker, ne? Das sind die Sachen, über die Paul lacht. Jeder Mensch ist anders. Ich muss eigentlich nur darüber lachen, wenn Paul drüber lacht. Das ist das schnellste Mädel der Welt. Ach du Scheiße. Sie ist richtig am Samen. Nicht der Oro. Das ist ziemlich smooth animiert, aber... Was hat Paul mit Ratten? Also ich verstehe schon, Paul kommt aus Berlin. Riech ja, ich bin Berliner, so. Der darf das so sagen. Was hat Paul mit Ratten? Hier sind überall Ratten, nein, genau. Ich bin auch Ratten. Aber passiert da noch irgendwas anderes? Hier sind überall Ratten, Alter. Was hast du mit Ratten, Alter? Was sind denn Nagetiere für dich? Weißt du, wie das aussieht, aus irgendeinem Mathe-Adventure-Spiel so, was die Kirche noch abgesegnet hat? Das ist ganz schlimm. Das sind die schlimmsten 3D-Models, die jemals irgendjemand gerendert hat. So sieht mein Patten so aus. Weißt du, Vitali? Ist das eigentlich wirklich Milch auf Stuhl? Keine Ahnung. Ja, mal, das war wirklich... Das könntest du heute nicht mehr sein, unabhängig von anderen politischen Themen. Ist das auch ein bisschen racist, muss ich sagen. Give me a drink, Bartender. Ah ja, das CDI. Gute Technologie damals. Das Super Nintendo sollte geupgradet werden. Damit! Das ist... Das ist gar nicht das CDI. Amiga, irgendwas. LOL. Ich. Warum sieht der aus wie ich mit Hut? Das ist ein Videospiel-Ende. Amiga-CD ist das. Oh mein... Oh mein Goooood! Come back, Shane! What? My name's not Shane, kid. What? Wow! Das ist doch das böse Ende, oder? Das war krass. Ich will das Spiel spielen jetzt. Das ist wirklich wieder Pauls Wochenende hier gewesen, versehentlich. The Jungle-Less Monkey. Ne, ich muss zerschmutzeln. Alles mit Donkey Kong ist generell funny. Was soll die Scheiße? Paul! Ernsthaft! Ich mein's nicht böse, aber... Aber wenn du Hilfe brauchst, blinzlst du zweimal so. Ich bin doch dein... Dein Freund, ich bin doch hier. Das ist lustig, weil der breitgezogen ist. Ich bin einfach zu alt dafür. Ich will gar nichts mehr dazu sagen. Wir machen einfach weiter. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Und dann, so. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Und dann, so. Ach, du Scheiße. Der ist krank. Was ist der, was der Samson, Alter? So klingt das so nicht. Ich mag nicht mehr, ich mag den Nächsten auch. Jetzt kommen wir mal zu was Witzigem, hab ich gehört. Funny, try not to laugh, impossible. Die verfickte Musik in der Wunde. Oh, der ist aber weggeflogen. Der ist weg. Das ist wieder die Ratte. Paul, warum sind überall Ratten? Oh mein Gott, nein! Meine Katzen immer. Rush B! Das kann ich nicht wissen, weil ich schon mal ein Counter-Strike gespielt habe. Das ist der erste Mensch, der zum Mars fliegen wird. Weißt du, was ein Toaster macht? So sieht meine Katze aus, nur in dünn. Ja, ganz genau. Okay, das ist doch krank. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich halte nicht mehr aus. Ja, Paul. Vielen Dank. Schreibt mir in die Kommentare, ob wir noch mehr von Paul sehen müssen. Sollen, dürfen. Tschüss. T